Joach, willkommen zu einem neuen Video. Hier ist erstmal eine neue Shop, es gibt einen neuen Hängegleiter, Falke. Und eine neue Tarnung verbannt. Alter, anders geil, hole ich mir auch direkt. Aber natürlich mit dem Creator-Code ARIANFN. Falls ihr mich kostenlos unterstützen wollt, könnt ihr gerne rechts unten im Shop bei Unterschütze ein Creator ARIANFN eintragen. Dann annehmen, dann steht er rechts oben. Der wird auch leider immer nach 14 Tagen entfernt. Also ja, falls ihr mich eintragt, schaut immer mal nach, ob der oben noch dasteht. Auf jeden Fall habe ich vorhin ein bisschen Chili Solo gespielt. Und ich habe mal wieder die Kombination Deagle-Pump gespielt. Also es hat ja immer jeder Deagle-Pump gespielt, aber als dann die Deagle schlechter gemacht wurde, spielt die irgendwie keiner mehr. Also ja, ich habe heute mal wieder Pump-Deagle gespielt und es hat so Spaß gemacht. Ja, schaut euch einfach an. Los geht's. So, komm, ich lande mal wieder in Tilted. Gib mir bitte eine ordentliche Waffe. Fuck. Ey, warum ist hier keine Waffe? Okay. Unter mir hat einer die Kiste geöffnet. Gott, da habe ich mich erschreckt. So, ich muss dann irgendwie versuchen abzuähmeln. Der arme Alter. Ah, und hier eine Deagle. Ich wollte halt unbedingt mal wieder die Kombos spielen. Pump-Deagle. Unter mir sind welche. Wann will er denn? Durch die Fensterscheibe. Oh, Pump-Deagle. Alter, das macht so Bock. Oh, und noch mit der Linie an Pump. Alter, das wird Spaß machen. Oh, mein Gott. Das bockt so hart mit der Diegel. Das macht so Spaß, Alter. Ja, man kann ja leider mit der Diegel nicht mehr eine Holzwand kaputt schießen mit einem Schuss. Aber trotzdem macht das irgendwie so Spaß. Ich habe es vorhin mal wieder ausprobiert und es fühlt sich einfach an wie Double Pump. Das macht so Bock. So, komm, ich gehe mal am besten Richtung Loot Lake. Da sind eigentlich fast immer welche. Ich habe, glaube ich, den Tilted Schüssel gehört. Oh Gott, habe ich mich erschreckt. Alter, hat der mich erschreckt. Oh, der hat auf jeden Fall fleißig für mich abgebaut. Ah, der spielt auch Diegel. Ah, okay, da hinten ist noch jemand. So, ich loote den erstmal. Alter. Also, ich weiß noch nicht mehr. Okay, ich acho noch jemanden. Ich weiß noch, ich weiß noch was. Ich weiß noch jemanden. Okay, ich weiß noch nicht mehr. Hm. Nein. Nein. 50 AP. So, komm, ich geh. Oh, fuck. Den hol ich noch. Ha. So, beste Waffen, nur grau. So, übrigens hier mit der neuen Spitzacke, die Bananennacke. Feier ich auf jeden Fall. Ich mag den Sound mega. Und hier kommt der nächste Gegner. Zumindest hat er was zu heilen für mich dabei. Aber ich habe leider nicht so viel Leben, deshalb werde ich, denke ich, nicht so lange am Leben bleiben. So, ich bin noch mal ein. So, ich habe jetzt alles. Oh, okay. So, ich bin noch ein paar. So, ich bin noch mal. Alelufe. So, ich bin noch mal. Alter, das war knapp Ich finde es immer noch so schade, dass man kein Leben pro Kill bekommt Wäre ich jetzt nicht so low, Alter Oh, mir fällt gerade auf, ich habe nur lila eine Sachen So, und ich habe wieder fast keine Mets, Alter War das ein Hits, der Noscope? So, kurz Diegel nachladen Ja, das kann man natürlich auch mit der Diegel machen Ah, die Zone ist sogar hier Du hättest nicht auf mich schießen dürfen Du hättest nicht auf mich schießen dürfen Also, der mir jetzt den One Pump gegeben hätte, ne? Nein, ich bin tot Wie nervig ist der? Ah, ich habe ihn gehittet Oh, das ist ein Hitschlech Oh, das ist ein Hitschlech Alter Puh Knapp noch gewonnen Also ich hoffe euch hat das Video gefallen Falls ja könnt ihr gerne einen Damm noch um da lassen Und vergesst nicht zu abonnieren Um nichts mehr zu verpassen Und ja bis zum nächsten Mal Ciao